Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Test. Heute gibt es für euch die Poison, 16 Schuss, 35 Sekunden Brenndauer, 30 Meter Effekthöhe, 19 Millimeter Kaliber von Deko, gekauft für 3,99 Euro aus dem Aldi, bei uns in dem Fall Nord. Viel Spaß beim Test. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018